Ja, hallo meine Freunde, in der Sonne, da sind wir wieder und ich soll mir doch mal Peppa Woods Hilft mir Tagesschau angucken. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal tun. Wir gucken einfach mal mit unseren Augen rein. Hey Leute, vielen Dank für 75.000 Abonnenten. Ihr seid wirklich die Besten. Danke. Das nächste Ziel sind dann wohl die 100.000 zu knacken und nur 30% meiner Zuschauer haben den Kanal abonniert. Also an alle anderen. Ich bin irgendwie bei im Monat bei 10.000 Einzelnutzer. Ich bin gerade irgendwie bei 20% oder so. Also 80% haben den Kanal nicht abonniert. Wenn Ihnen es gefallen, lasst es mich doch mit einem Abo wissen. Wird mich wirklich sehr freuen und zudem würdet ihr mich unterstützen. Vielleicht machen wir ja dann bald die 100k voll. Also bleibt gesund in dieser Zeit und viel Spaß mit dem Video. Das wäre halt so geil, wenn das so anfangen würde. Das erste deutsche Jan Hofer. Guten Name, meine infizierte Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In China werden immer mehr Fälle von Erkrankungen durch das neuartige Online-Poker bekannt. Vor dem chinesischen NS-Fest am kommenden Wochenende herrscht große Sorge vor Komiker Terry Jones. Der Konflikt mit dem Iran war heute auch Thema beim Besuch von Kanzlerin Merkel in Moskau. Putin ist tot. Er war Mitglied der NS-Gruppe. Kanzlerin Merkel unterstützt den Tod und sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Das Nordafrikaner Das Nordafrikaner Oh, alter. Das Land ist seit Jahren im Frieden. Merkel will hier Krieg durch Verhandlungen und bekommt heute dafür durch Verhandlungen Unterstützung von Russlands Verhandlungspräsident Putin. Wir waren uns einig, dass wir uns einig waren. Robert. So einen will ich auch. Wer ist denn das? Womit kann ich ihn nennen? Also ich suche Robert. Was? Ist denn der Name so wichtig? Ja, der muss jetzt unbedingt Robert heißen, aber er soll natürlich Robert heißen. Wie würden Sie sich denn selbst in drei Worten beschreiben? Scheiße, scheiße. Wie kam Geist? Ja, ich denke mir mal, wir sind so wie Wale, ne? Intelligent. Und welche Eigenschaften sind für Sie bei Ihrem zukünftigen Partner besonders wichtig? Ja, also er soll natürlich Robert heißen. Heute wollen wir einen Gartenteich ausheben. Oh. Alle Erfragen hier ein tiefes Loch. Two seconds later. Pepper, Schorsch und Opa Wutz sind sehr beschäftigt. Ha? Was ist denn das? Ein Gold, Schatz, Opa. Aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich, ich. Tschüssi. Ich freue mich für ein paar Tomaten, Opa Wutz. Nein, ich fürchte, die Tomaten sind noch nicht ganz reif. Vielleicht in ein paar Wochen. Aber es sollte Tomaten Salas geben. Opa Clef hat auch einen Tomatenanbau. Ja, vielleicht kann Opa Clef uns ein paar abgeben. Alte, schrumpelige Oma Wutz. Hallo, Lü, 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 Lüchen. Opa Clef. Ja. Fä, 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 fä. Die Tomaten wachsen besonders gut dieses Jahr. Die sehen aber sehr viel größer aus als deine Opa. Ich finde das immer so geil, wenn, wenn, wenn die Gärtner so sagen, ja, meine Tomaten sind dies Jahr übelst gut, sind übelst, also allgemein das angebaut Gemüse. Denke ich mir immer so, ja, sieht halt aus wie Gemüse, ne. Ich stelle schon immer so, ja, sieht dies Jahr echt sehr gut aus, ne. Also sind alle rot, die Tomaten, so wie letztes Jahr, so wie vor drei Jahren, so wie vor vier Jahren. Ja, schön. Das heißt, dass sie besser schmecken. Mh, lecker. Das ist die beste Tomaten, die ich jemals im Leben gegessen habe. Draußen kann man die Sterne viel besser sehen. Papa, warum liegst du auf dem Boden? So kann man die Sterne am besten? Vor allem, warum rollt er nicht runter? Das ist so die nächste Frage. So in der Serie gibt es nicht so viel Physik und sowas, ne. Beobachten. Guck's mal, die kleinen Sterne. Stopp. So ein bisschen. Oh. So ein bisschen. So ein bisschen. Oh Danke, ach schön. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Guckt unbedingt das Originalvideo an, ohne mein Gelächter, ohne mein Gelaber. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir doch bitte über Instagram oder Twitter. Würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.